Das ist jetzt so die Frage der Frage. Deswegen also irgendwie. Na? Ja, das Mann, sind wir folgen? Ja, das Mann, sind wir folgen? Ja, einfach nur ruhig. Siehst du den Baum fallen? Wenn wir da kommen, stop die Wagen, jump runter, und hide. Oh, Pa. Ich muss genau wie ich gesagt habe. Hier, jetzt! Komm schon, schnell! Mhm. Hm. Ich hoffe nicht. Ich bin nur ein Pfarrer, Freund, und... ich habe keine Geld. Du sprichst blöde, Herr Killhead! Was ist das? Was ist das? Ich bin so, wie wäre es dassgehen? Es geht. Wer? Was? Es geht schon. Entutschen Punkt. Okay. Ich geh mal Cada WiFi. Gut. Ja... Da war ein Baumstampf im Weg. Krieg die Kurve nicht? Krieg die Kurve nicht? So, jetzt aber. Ja, wie gesagt, also wenn wir jetzt noch bei der Bande wären, dann hätte er wahrscheinlich schon Dutzende auf dem Gewissen gehabt, der Kleine. Passiert. So. Oh. Awww. Awww, die beiden, ne, die können sich aber auch, die kriegen sich auch nicht mehr zusammen, ne? Awww. Dann rennen wir doch mal dahin. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Seid ihr überhaupt noch alle da? Oder seid ihr schon eingeschlafen? Wer ist denn noch von euch da? So, wer ist denn das jetzt? Da hat uns wohl wer gefunden. So, das wird wahrscheinlich Abigail auch überhaupt nicht gefallen. Ich höre es jetzt schon, dieses Mietz, 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 Mietz. Dieses, nein, das kannst du nicht machen, das geht nicht und unser Leben ist hier und... Na, na? Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Darling John, eine Frau in der Stadt mir hilft, mich zu schreiben. Sie hat viele Probleme von ihrem eigenen, aber das ist eine andere Geschichte. Hör, ich habe dich gebeten, aber es scheint nicht zu machen, dass es viel Unterschied macht. Ich habe versucht, alles, was ich weiß, um zu machen, um zu creieren. Und du wissen, dass ich dich liebe, aber ich liebe dich, das bedeutet, dass ich dich nicht zu sehen. Ich habe dich, das ist ein bisschen zu machen. Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Ich liebe dich als hellbent, auf enden auf die gleiche Weise. Und ich liebe dich zu viel, um das nicht mehr zu sehen. Abigail. Ich liebe dich. Wo ist deine Frau, Milton? Ähm, sie ist weg? Ich sehe sie mit dem Mann. Und den Schrauben. Was ist passiert? Hast du geteilt, Herr Dickens? Nein. Das macht mich nicht. Was hat sie gemacht? Du sie mit einer Showgirl? Oder hörst du dich mit einem Schrauben? Wie bist du, Jim, Milton? Ich bin der Familie. Ich kann eine Schrauben, sicher. Die Männer schrauben mich. Ich bin interessiert, das ist alles. Nichts interessiert. Nur wenn du ein Geheimnis über einen Manns-Marschreie würdest du Zeit. Ich glaube nicht. Es gibt Arbeit zu machen. Nur wenn du auch weg bist. Ich bin nicht weg. Ich bin hier für Arbeit. Ich habe Geld verdient, was sie will. Was will sie? Sie will ein Platz ihrer eigenen. Sie hat einen Plot gefunden. Sie hat einen Plot gefunden. Du? Ein Ränscher? Du wirst sterben. Wahrscheinlich. Bleib dir selbst auf. Geh dir selbst auf. Ich hätte jetzt gesagt... Achso. Ich hätte jetzt gesagt... Äh... Äh... Sadie. Wir kommen. Da... Okay. Aber das Spiel sieht vor. Wir machen erstmal so ein paar Klüngelarbeiten hier. Ist das jetzt wirklich fair? Also ich weiß nicht. Wie seht ihr das jetzt? Also irgendwie so wirklich fair ist das jetzt. Nicht nur, weil sie andere Vorstellungen erstmal hat. Also auf der einen Seite kann ich schon verstehen, dass sie ihr, äh... Dass sie ihr Kind beschützen will. Aber... Aber es ist doch jetzt nicht, äh... Fair zu sagen, äh... Ja, hier, äh... Es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also... Ähm... Geh ich. Na dann. Hau drauf. Lass den ganzen Frust raus. Rausch. Und nochmal raus. Armer Kerl. Ja, irgendwie so wirklich fair ist es nicht. Ich glaube, er hat sich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt, oder? Aber so ist das. Mit... Mit dem Pharma-Leben. Ja. Wenige Monate später. Was ist denn bei denen wenige Monate später? Ein halbes Jahr? Zwei Monate? Drei Monate? Hey! You know, I was wrong about you. You turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I can speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offer me some guidance? I'm sure he'd be happy to hear you speak at least. Thank you, Mr. Dickens. Hm. Hm. Okay, dann gucken wir mal. Och, ja. Renn doch über den Stein. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier was erreichen können. Mhm. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. An experience I think every man can relate to. In some ways, my wife... My wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own. So I can prove to my wife that I've changed. I understand. Hm. I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, hm? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go by passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Use my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb ones too. You'll get her back. Wart das gerade so dieses, yes, es hat was funktioniert? Was hat er denn jetzt vor? Hm, schon wieder die Sachen? Was haben wir jetzt vor? Ich würde gerne nochmal versuchen, die Qualität ein bisschen hochzuschrauben. Mal gucken, ob er dann wieder rumzickt. Ähm. So. Nee, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ah, okay. So. Können... So. Wir... Warte mal. Waren wir denn jetzt noch Aufträge? hier im Blackwater? Oder wollen wir erstmal zu... Mich... Ich glaube, lass uns erstmal zu Sadie. Das, äh, würde mich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen mehr interessieren. Ähm. Mit der Frau, Frau Edler. Gott, ich hoffe, ich werde nicht wieder geclaimed. Ja. Mission abgeschlossen. Okay. Ach Gott, ist das lange her, dass wir hier waren. Also zumindestens im, im Spiel. Ich hab Bild. Ich hab Bild. Muss ich mir später gucken. Oh, guck mal. Das, das Haus ist sogar... Guck mal. Das Haus ist fertig. So. Hast Bild. Jo. So, dann... Sadie ist back. Haben wir Platz hier? Gucken wir mal, was... Wie, wie Sadie so geht. Gucken wir mal was...